Die Dinge haben im anhaltenden königlichen Drama eine weitere schockierende Wendung genommen, daher ist es Zeit für ein dringendes Update. Sie werden nicht glauben, was dieses Mal passiert ist, aber es scheint, dass Sarah Ferguson, auch bekannt als Fergie, unabsichtlich einige wichtige Enthüllungen über Prinz Harry gemacht hat, die weltweit Schockwellen ausgelöst haben. Kommen wir zu den brisanten Details. Alles begann letzte Woche, als Fergie als Gast in einer beliebten australischen Morgenshow auftrat, um für ihr neuestes Kinderbuch zu werben. Da Fergie der Familie jahrzehntelang so nahe stand, waren die Gastgeber sehr daran interessiert, über alles zu sprechen, was mit dem Königlichen zu tun hatte. Irgendwann fragten sie scherzhaft nach der anhaltenden Fede zwischen Harry und Meghan mit den Royals in Großbritannien. Fergie lachte zunächst darüber und sagte, sie hoffe, dass eines Tages alles einvernehmlich gelöst werden könne. Ihr Lächeln verschwand jedoch bald, als ein besorgter Ausdruck auf ihrem Gesicht erschien. Weißt du, ich mache mir bei all dem eigentlich große Sorgen um Eugenie, sagte sie großartig. Die Gastgeber fragten, was sie meinte, und spürten deutlich, dass hinter der Geschichte mehr steckte. Fergie holte tief Luft, bevor er verritt, vor ein paar Monaten hat Harry offenbar Eugenie kontaktiert, um zu versuchen, sie dazu zu bewegen, die Familie gegen Andrew und mich aufzuhetzen oder Insider-Informationen bereitzustellen, um uns irgendwie zu schaden. Im ganzen Studio brach ein Kröchen aus. Natürlich weigerte sich Eugenie, aber der ganze Austausch war so seltsam und besorgniserregend, vor allem, weil er von jemandem kam, der ihm so nahe stand, fuhr Fergie fort. Die Gastgeber sahen ungläubig zu. Also lassen sie mich das klarstellen, stellte einer von ihnen erstaunt klar. Sie sagen, Prinz Harry scheint versucht zu haben, seinen eigenen Cousin Eugenie zu erpressen, damit dieser sie und Prinz Andrew irgendwie sabotiert oder angreift? Fergie nickte feierlich. Leider ja. Eugenie hat mir und Andrew selbst davon erzählt. Wir waren alle einfach verblüfft über dieses Verhalten von Harry. Die Nachricht von diesem Vorwurf verbreitete sich über Nacht wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Es war überall im Trend, als die Menschen über die Legitimität und die Auswirkungen dessen debattierten, was Fergie unwissentlich enthüllt hatte. Währenddessen versuchte Harry offenbar verzweifelt, in Amerika eine Erklärung zur Schadensbegrenzung herauszubringen. In seiner Antwort behauptete Harry, Fergie habe lediglich ein privates Familiengespräch, das er Monate zuvor mit Eugenie über einige königliche Angelegenheiten geführt hatte, missverstanden. Er entschuldigte sich für den Fall, dass seine Worte aus dem Zusammenhang gerissen wurden, wies jedoch jede Andeutung einer Erpressung oder Nötigung gegen seinen Cousin entschieden zurück. Harry Eugenie betonte, er sei einer seiner engsten Vertrauten geblieben. Doch bevor sich der Staub überhaupt legen konnte, nahmen die Dinge nur wenige Stunden später eine noch drastischere Wendung, als Eugenie selbst während eines geplanten Radiointerviews plötzlich ihr Schweigen zu dieser Angelegenheit brach. Der Moderator brachte die brisanten Behauptungen rund um sein Gespräch mit Harry vor Monaten zur Sprache. Zum Schock aller widersprach Eugenie direkt Harrys Version der Ereignisse und bestätigte damit, dass Fergie ihre Diskussion korrekt wiedergegeben hatte. Ich war zutiefst beunruhigt über das, was geschwitzt hat, und hatte das Gefühl, keine andere Wahl zu haben, als meinen Eltern die Wahrheit darüber zu sagen, worauf Harry mich hereinlegen wollte, erklärte Eugenie ruhig, aber bestimmt. Sie behauptete weiter, dass die Einzelheiten zwar eine private Familienangelegenheit seien, Harry sie jedoch tatsächlich beharrlich kontaktiert habe, um Insider-Informationen zu erhalten, um den Ruf von Fergie und Andrew zu schädigen, was sie wiederholt verweigerte. Als Reaktion auf Harrys öffentliches Leugnen und seine Versuche, die Wahrheit falsch zu deuten, betonte Eugenie, dass sie nur die Dinge klarstellen wollte und dass ihr das Wohlergehen ihrer Cousine am Herzen lag. Unnötig zu erwähnen, dass diese Enthüllung einen absoluten Aufruhr auslöste, wie es ihn noch nie zuvor in der königlichen Welt gegeben hatte. Die Leute waren verblüfft darüber, dass Harry auf diese Weise scheinbar seine eigene Familie ins Visier nahm, nachdem er vor wenigen Monaten auch seinen Vater, König Charles, öffentlich angegriffen hatte. Berichten zufolge wandte sich sogar Meghan privat an Eugenie und drückte seinen Unmut über Harrys offengelegte Taten aus, da die Geschichte die weltweiten Schlagzeilen beherrschte. Harry verlor dann völlig die Kontrolle, indem er über Nacht eine vernichtende Twitterschimpftirade auslöste. In einer schockierenden Flut von inzwischen gelöschten Witz bezeichneter Eugenie und Fergie als Lügenschlangen, wünschte ihnen beiden Gesundheit und sagte, sie würden es für immer bereuen, ihn öffentlich mit diesen erbärmlichen Lügen beleidigt und gedemütigt zu haben. Experten sagten, dass aus den Fugen geratene Verhalten weckte ernsthaft neue Bedenken hinsichtlich Harrys Geisteszustand und Stabilität. Als Reaktion darauf gab der Buckingham Palace eine beispiellose Erklärung ab, in der er Harrys abscheulichen Ausbruch als völlig inakzeptabel verurteilte. Sie forderten die Medien und die Öffentlichkeit auf, sich nicht weiter mit jemandem zu befassen, der so akut leidet, und hofften stattdessen, dass er Angebote professioneller Hilfe sofort annehmen würde. Der Palast machte deutlich, dass er fest an den von Eugène und Fergie gelieferten Fakten über vergangene Ereignisse festhalte.